Hallo und herzlich willkommen zum Betatom-Quotenscheck. Wenn Sie noch nicht dabei sind, dann registrieren Sie sich auf betatom.com oder Sie laden sich die Betatom-App herunter. Zum Abschluss der Hinrunde empfängt Paderborn die Vielspieler aus Frankfurt. Und was ist das bitte für ein Duell? Paderborn ist die schwächste Heimmannschaft der Hinrunde, Frankfurt die schlechteste Auswärtsmannschaft. Einen einzigen Sieg gab es in der Fremde dazu. Sechs Niederlagen für die Frankfurter. In der Bundesliga gab es in Paderborn bis jetzt ein Duell der beiden. Das hat der SC zu Hause also mit 3 zu 1 gewonnen. Heißt, der Ausgang dieses Duells scheint absolut offen zu sein. Zumindest das eine oder andere Tor aber dürfte fallen. Und wenn mindestens drei Tore fallen, gibt es von Betatom eine Quote von 1,4. Und das heißt für Sie, liebe Zuschauer, beim Einsatz von 20 Euro erhalten Sie 28 Euro zurück. Und Betatom hat noch etwas Besonderes für Sie. Falls Sie noch nicht dabei sind, registrieren Sie sich noch heute bei Betatom-App. Oder Sie laden sich die App herunter und erhalten auf Ihre erste Einzahlung bis zu 200 Euro geschenkt.